äh wer was ja du wieso ich darum gewitter twitter ja ganz in ganzen sätzen in denne ich hab hier was gefunden junge ja da möchte ich hin bin ich fertig ja schwanger oder was ja sicher ich bin satt so ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr putzen ich bin schwanger wie was hat das mit putzen zu tun ja denk da mal drüber nach schädlich okay glaube ich doch die praktikantin hat heute erzählt die spielt immer so ein schwules äh äh vampir tötespiel hello kitty online nein 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 so ein vampir tötespiel von nintendo oder irgendwie so was das gibt es nur auf konsolen ja und konsolen sind ja eh viel besser und äh ich hab das spiel aber noch nie gehört ich über die äh äh castle name menia oder venia oder irgendetwas so was hab ich da mal gegoogelt er hat halt mal voll schwer nach twilight aus würde ich sagen ja hab schon wieder einen kopf abgerissen ja ich sehe es gerade ja ich sehe es gerade hast du gesehen wie ich den geküsse ich bin sehr erotisch aber hier apropos köpfe mach mal hier die dinger klar die restlichen zwei ja ich suche die die ganze zeit ich finde die nicht wir sind lost in spieß ja ja add unsere zuschauer da googelt mal danach vielleicht könnt ihr uns was haben die eigentlich geschrieben geistig oder körperlich ha 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 da wird karselvania irgendwie sowas heißt das hat das ist das sah auf jeden fall schwer nach twilight aus wenn er mich fragt ich hab's auf jeden fall noch nie gehört ja aber bist ein fan von der serie oder von der von der filmreihe ich hab die erst mal die ganze zeit geflamte du praktikantin ja aber aufs herz aufs größte ja mussten sie dafür weil die dann erzählt hat sich da nur ultra waffe besorgt hat ja dann den endgegner ja mit einem hit herniedergemacht habe ich gesagt boah das erscheint ja richtig anspruchsvoll wird zu seiner spiele und bin dann elegant verschwunden hast du dir dann einen bitch slap gegeben oder die zuhörterstelle direkt beides in kombination ja ja weil ich hab mir zwei hände ja verstehst du verstehe ich verstehe ich ja doof dass wir keine whiskyflaschen da hatten aber nur die runden ja sind keine komplett lösung okay ja mit zweifel auch dass sowas für für den sam gibt ja weil man eigentlich weil eigentlich jedes dreijährige next player intelligent genug sein sollte dieses spiel durchzuspielen ja natürlich woher war weißt du hier ne junge gabi hat gesagt an uns langweilig die gabi die gabi ja gabi weiß schwer bescheid ja meinst du die teil zu deinem geschmack spielerisch arno finde ich eigentlich auch teilweise eher langweilig ja sag ich doch ach ja die hat er gesagt ja ich verstehe ich jetzt an der block schokolade ich hatte gerade wie ein block schokoladen rückfall macht träge ja ja apropos träge kann ich dir ein paar riesen anbieten voll ein laber ist ja nur noch scheiße fängst du wieder zu sabern ja gib mir mal ein riesen ja du musst allerdings auch stehen weißt du strategie ist allgemein langweilig weil das ist aber ein aufbauen kann naja kannst du mal die fress sein das hört sich erschrecklich an voll jallamell hier ja ist der sam auch langweilig welcher ja der hier wir sind zu schwach warte 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 im keller blitzt es da habe ich gerade nicht so drauf geachtet oh ja es blitzt im keller ist hart vielleicht ist hier eine radarfalle ja und ich bin zu schnell gelaufen ja denk auch ich habe übrigens das letzte artefakt gefunden sehr schön dann können wir jetzt weitermachen ja eventuell vielleicht haben wir ja gleich nochmal ordentlich krieg ja ja seid ihr eigentlich dafür die ersten beiden samteile also hier first and second accounter in hd natürlich ja auch nochmal hier let's playen and together also warum müssen wir ja ein smiley ist jetzt unbedingt eine antwort ne der war schon vorher da achso der ist übrigens jemand neus scheinbar ne der ist auch schon ein bisschen länger da echt habe ich gar nicht mitgekriegt der ist schon wie so ein schweibsdreck die soll mal in die küfe putzen gehen haben die dich gefickt oder was ziemlich hart ne die sind langweilig wer ist langweilig ne ich habe gehört die sind genauso metal ja was soll man denn stattdessen spielen wenn das so langweilig ist hello kitty online ja wir können ja auch mal hier das pferdhof spiel spielen in koop geht das wahrscheinlich nicht keine ahnung bei den bus simulatoren können wir ein bisschen bus fahren ja nein doch was war jetzt eigentlich hier bei 11.3 gab es auch einen koop oder was ne das ist korrekt äh war das zwei stunden oder war das lang oder kurz eher kurz wahrscheinlich ne ja mal nochmal gucken mal nochmal gucken ja müsste man ja müsste man mal mehr Sam für alle ne aber mehr Sam für alle ne oder Caselvania hm können wir auch streamen ja genau wir spielen Caselvania wobei als ich das mal bei Google dann eingegeben hab ja auf der Arbeit wie ich das jetzt gehört hast du am Arbeitsplatz vorgekotzt ja ja so ungefähr ey ohne Scheiß das sah so nach Manga Twilight aus ja das sah so richtig hart aus ach das fliegt gekillt endlich das war so ein Glückstreffer Arrangement hab ich dafür gekriegt oder Achievement 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 ne ja das sah alles dasselbe deine Mutter nein jetzt nur so ne scheiß Geheimsicht ich weiss nur nicht wie man dran kommt ey ja mit den Rocket Jump ja der funktioniert ja aber nicht vollidiot irgendwie leckt der Stream gerade hart aber ich kann wer sagt das? die hier im Chat aber ich kann keine Lacks feststellen also von der rein technischen Seite aus nicht also von meiner technischen Seite wild weg steht er ich guck mal hier nochmal ich scroll mal hoch da liegt dann wahrscheinlich ein Own3D ja also bei mir geht wie gesagt alles raus ja hier sieht es gut aus alles alles im grünen Bereich eigentlich ok dann dann reconnecten einfach mal und ne genau und reconnecten oder refreshen ja viele Leute haben wir eigentlich mittlerweile drin immer noch immer noch ne ganze Hand voll ja 5 Stück ne mehr 7 8 12 12 120 achja ich glaub nicht ja fast wo müssen wir uns eigentlich langen? da lang? ja Black Screen ja ja die ja 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 Einfach nix machen oder nicht? Ich schalte dir den Pausescreen an. Ja, mach mal eben. Dann können wir nicht kurz Pinkelpause machen, ja? Pinkelpause. Pinkelpause ist gut, ja. Okay, ähm... Ja, wie gesagt, wir machen kurz Pause, ja? Wir sind gleich wieder da. Wenn uns wohl noch jemand hört. Ich geh ja mal von außen zu hören, ja? Wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Pause, ja? Sechs Views haben wir. Sechs Views. Hier leckt es gerade auf, wo wir gerade nur an dem Gamebook liegen, ne? Vor allem hat das Hardcore Delay, ja? Ich glaub, das wird immer mehr Delay mit der Zeit. Ich bin mehr, wenn der Monster�� interessiert. Der Smartireside kann peaks Zum pelomer noch eine blende, spiel er sagt ja da geht immer mehr lehrer ein der tag auf hilflichen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020